heute möchte ich euch die ecycling app ruvi vorstellen und dazu zeige ich euch auch gleich wie das ruvi abenteuer bei mir begonnen hat was ich dummerweise ein bisschen falsch aufgenommen habe also das video ist ein bisschen immer unten und rechts abgeschnitten aber egal am anfang wird man halt willkommen geheißen man soll sein konto einstellen ja und beim konto da hat man erst mal so ein paar dinge wie ein spitzname das geschlecht einheiten metrisch oder imperial gewicht geburtsdatum land so übliche dinge danach werden von ruvi dann drei grundlegende fragen gestellt ist die erste frage was man machen will radfahren oder radfahren und laufen die zweite frage ist dann wie viel man normalerweise trainiert und die dritte frage ist dann was genau man eigentlich so vor hat danach kommt man dann zu der kopplung mit dem smart trainer da wird man noch an ein paar dinge erinnert wie zum beispiel dass man bluetooth oder an plus einschalten soll bla 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 die kopplung funktioniert auf jeden fall technisch einwandfrei sowohl mit bluetooth als auch mit an plus nachdem man dabei ruvi alles problemlos gekoppelt hat kommt dann ein tutorial was man aber auch wieder abbrechen und später nachholen kann da ich bei einem neuen programm gerne mit den einstellungen anfangen habe ich das tutorial auch erstmal abgebrochen in den einstellungen sieht man dann auch ganz rechts oben tutorial starten also da kann man das tutorial jederzeit erneut starten links hat man dann als erstes die sensoren also die ganze kopplung von smart trainer und herzfrequenz sensoren danach kommt ein punkt denen sich einstellungen das heißt in dem menü einstellungen findet man einen punkt einstellungen unter videos sieht man welche videos man bereits runtergeladen hat dann hat man einen punkt für die letzten aktivitäten wobei ich mir die ehrlich gesagt dann normalerweise einfach auf der website anschauen dazu kommen wir dann aber später noch wenn man auf den punkt einstellungen geht sieht man dann auch dass es eigentlich strecken einstellungen sind also da stellt man dinge ein die man dann während der fahrt auf dem bildschirm angezeigt bekommt man kann aber zum beispiel auch einstellen dass der warm-up und das ausrollen auch noch aufgezeichnet werden und weiter unten sieht man auch drafting da habe ich momentan die einsparung in watt das ist der windschatten und dann hat man noch die weiteren dinge die da eingestellt werden können zum beispiel hat man auch strava live segmente was wahrscheinlich für viele auch ganz interessant ist damit ihr aber angezeigt werden muss man sein strava konto erst mit ruby verbinden was ich nicht gemacht habe also das habe ich nicht getestet relativ weit oben sieht man eine einstellung panorama blick zulassen das habe ich auch nicht getestet aber ich denke mal das ist wahrscheinlich dann so dass man mit der maus wahrscheinlich während man unterwegs ist einfach auch einen rundum blick haben kann das ist jetzt insofern interessant wie ja eigentlich aus videos besteht denkt man zumindest wenn ich dann mal ein video zeige sieht man schon das ist kein video an sich sondern das ist wahrscheinlich so eine panorama technologie mit der das video aufgenommen wurde die drittletzte einstellung unten ist dann die realitätsebene was um alles in der welt meinen die damit generell muss ich sagen ruby ist noch nicht komplett übersetzt also manche dinge sind auf englisch und manche dinge sind ein bisschen merkwürdig übersetzt die realitätsebene ist einfach auf englisch reality level also eigentlich ist es eine wortwörtliche übersetzung also ich finde auch die englische bezeichnung ist nicht wirklich gut weil es geht dabei im endeffekt einfach nur um den widerstand beim smart trainer und wie stark der eingestellt wird und dann sind wir jetzt mal im hauptmenü von der app also das hauptmenü ist generell auch recht gut gestaltet finde ich relativ übersichtlich links unten kann man eben radfahren und laufen einstellen rechts unten hat man workout strecke oder events und dann bei diesen vier kacheln in der mitte ist es auch immer so dass er spielt die kachel links unten etwas ist das gerade empfohlen wird man sieht dann auch immer wie viele live fahrer gerade auf den strecken unterwegs sind die anzahl der aktiven nutzer ist generell wie bei den meisten apps außer bei zwift bei zwifter ist die halbe welt unterwegs bei den anderen apps hat man immer ein bisschen weniger ich finde ruby ist insgesamt noch relativ gut dabei wobei es bei ruby auch ein bisschen hilft dass man immer ein paar strecken in den fokus stellt und eben den leuten empfiehlt dadurch sammeln sich die aktiven user dann auf diesen strecken und dann ist auch ein bisschen was los neben diesen empfohlenen strecken gibt es dann auch noch rechts oben die kachel das sind immer herausforderungen die man sich aussuchen kann und auf diesen strecken wo dann die herausforderungen stattfinden hat man auch ein bisschen mehr leute zu beginn einer fahrt also nachdem man die strecke ausgewählt hat hat man immer die wahl zwischen einfach fahren und zeit fahren also ich persönlich habe eigentlich immer zeit fahren gewählt ich fand das ein bisschen angenehmer weil nur weil man zeit waren wählt heißt es noch lange nicht dass man auch immer wie bei einem zeit fahren unterwegs sein muss also ich habe eigentlich ganz normal mein programm trainiert aber ich fand einfach irgendwie das ambiente mit diesen zwischenzeiten dann auch irgendwie hat mir einfach besser gefallen ist einfach nur ganz normal zu fahren sieht dann unten auch noch drei weitere einstellungen zum beispiel dass man eine anzahl an virtuellen partnern hinzufügen kann die dann immer um einen herumkreisen und einem quasi windschatten dann auch bieten rechts kann man dann auch noch mal den widerstand vom smart trainer einstellen bei dieser einstellung soweit ich mich erinnern kann nur bei einfach fahren funktioniert er mit dem zeitfahren modus verwendet hat man immer 100% widerstand was ich ein bisschen ungünstig finde weil wenn man einen smart trainer hat der den widerstand quasi doppelt so stark wie in der realität simuliert kann man im endeffekt irgendwelche berg strecken im zeitfahren modus eigentlich vergessen weil man dann einfach beim smart trainer die kurbel nicht mehr um bekommt bei anderen apps wie zum beispiel swift da kann man ganz normalen rennen teilnehmen auch wenn man den widerstand auf 50 prozent eingestellt hat weil im endeffekt nutzen die ganzen apps ja einfach nur die übertragenden daten vom smart trainer also der smart trainer der schickt irgendwie die watt pro kilogramm leistung an die app und das muss dann die app eben entsprechend in die geschwindigkeit umsetzen also egal welchen widerstand man eigentlich einstellt man ist natürlich in der app nicht plötzlich schneller oder langsamer unterwegs deswegen finde ich dass man ruhig auch beim zeitfahren eine individuelle einstellungen für den widerstand zu lassen sollte so und hier habe ich einfach mal ein bisschen vom tutorial das ist wieder das video was ich dummerweise ein bisschen abgeschnitten hatte aber was ich hier zeigen möchte ist einfach der windschatten man hat hier ein paar virtuelle trainingspartner und man sieht dann oben drafting momentan fünf prozent kraft ersparnis das war am anfang beim tutorial da hat er mir nur angezeigt wie viel prozent ich dann sparen was ich relativ nutzlos finde ich habe in den einstellungen einfach umgestellt dass sie mir anzeigen soll wie viel watt ich stattdessen einfach spare dass wir den windschatten finde ich jetzt relativ nett war man natürlich auch mal ein bisschen eine vorstellung davon hat was das eben auch in der realität dann ausmacht bzw was in der realität ausmachen kann sonst muss ich aber noch sagen diese virtuellen partner ok am anfang hat man die meinem tutorial dabei aber mich haben sie nicht wirklich überzeugt also ich brauche das irgendwie nicht ich habe die dann einfach später immer deaktiviert so was ich dann noch mit dem abgeschnittenen video aufgenommen habe ist das profil hier sieht man dann links aktuelle avatar man kann das trikot natürlich auch noch verändern man sieht sein aktuelles karrierelevel was dann hier noch steht man soll eine bestimmte anzahl an münzen verdienen um aufzusteigen also diese münzen sind wahrscheinlich dann sollte das ähnliches wie zum beispiel bei zwift diese schweißtropfen vermutlich kann man sich dann bei ruby mit den münzen auch irgendwie andere rahmen oder andere trikots noch kaufen beziehungsweise freischalten damit habe ich mich aber nicht wirklich beschäftigt was ich im tutorial noch nicht gemacht hatte ist mein ftp einzustellen der ftp ist standardmäßig am anfang auf 150 eingestellt was ein besser doof ist weil dann wird man am anfang kaum in die pedale treten und trotzdem ist man schon gleich im roten bereich also ich habe es dann einfach mal auf 250 eingestellt und dann passen auch die bereiche einigermaßen weil das immer während der fahrt auch von der farbe her dargestellt wird was ich ganz gut finde so und jetzt kommt dann mal ein beispiel training wo also da sieht man ganz normal den warm-up und wenn man dann bereit ist klickt man auf starten dann kommt doch mein countdown dann geht das ganze los wobei man auch sagen muss das ist jetzt wieder so weil ich den zeitfahrt modus gewählt habe beim normalen fahren da hat man diesen counter nicht ja und ich würde sagen gehen wir einfach mal kurz die bildschirmelemente durch links oben in diesem schwarzen kasten da hätte man ein bisschen mehr farbe ins spiel bringen können aber das sind erstmal die wichtigen daten einfach watt watt pro kilogramm hat man eine herzfrequenz man hat die trittfrequenz und die geschwindigkeit die geschwindigkeit ist eigentlich völlig egal aber was ich meine mit mehr farbe ins spiel bringen man hätte ruhig den einzelnen leistungsbereichen die man gerade unterwegs ist farblich anders darstellen können nicht alles einfach nur in weiß wenn man sich bei einem radfahrer nämlich die anzeige von watt pro kilogramm anschaut dann sieht man dass da farbliche veränderungen sind ein bisschen weiter unten ist grün dann wird es irgendwann ein bisschen gelb und dann irgendwann rot oben in der mitte hat man dann die aktuelle trainingszeit rechts oben hat man dann einmal die strecken karte die man irgendwie aufrufen kann was ich nie gemacht habe während dem training dann kann man auch die strecke umkehren was beim zeitfahrmodus aber auch nicht möglich ist soweit ich weiß dann kann man noch mit dem stopp symbol einfach die einheit abbrechen das vierte symbol wären dann noch die einstellungen und unten drunter sind halt die aktuellen münzen beziehungsweise wie bei zwift die schweißtropfen die bekommt man einfach dazu indem man immer weiter fährt dann gehen wir zurück auf die linke seite da hat man unter diesem block mit den ganzen daten immer die unmittelbare strecke die vor einem ist beziehungsweise das höhenprofil also man weiß ganz genau wie viel prozent aktuell hat und man kann auch schon sehen ob es ein bisschen steiler wird oder besser flacher je nachdem also das finde ich auf jeden fall auch gut gemacht also man kann ganz gut erkennen wie sich die steigerung demnächst verändern wird unten drunter hat man dann fahrer in der nähe das ist eigentlich wie bei jeder app das gleiche bei der fahrer in der nähe sieht man eben auch die entfernung zu den fahrern und mit welchem einsatz die gerade unterwegs sind also mit wie viel watt pro kilogramm und ganz unten hat man dann auch noch die komplette strecke das komplette höhenprofil das finde ich richtig gut gemacht hier etwas was ich zum beispiel bei zwift eher kritisiert hat dass die strecke nicht wirklich gut dargestellt ist also hier hat man wirklich die komplette übersicht und auch damit wo sich gerade irgendwelche fahrer befinden und man sieht auch bei den steigungen immer je nachdem wie dunkel die sind also orange schon fast rot wie schnell dass man sein wird so auf dieser strecke da hat es mit dem zwischenzeiten nicht funktioniert normalerweise hat man zwischenzeiten geschaut eigentlich genauso wie jetzt in dem fall komme ich aber schon gleich ins ziel da sieht man eben ja die beste zeit man sieht seine eigene zeit und man sieht wo man sich ungefähr einreihen wird das kennt man auch aus dem fernsehen wenn ein zeitfahren kommt also das haben die eigentlich ganz nett gemacht finde ich da schießt es gerade ein name vorbei einer im gelben trikot natürlich schießt er mir vorbei es geht ja bergauf ich bin nicht so gut bergauf ich glaube ich komme es gleich noch einer auch wieder in einem gelben trikot ja es sind unglaublich viele leute im gelben trikot unterwegs wahnsinn ja und wenn man dann schließlich ins ziel kommt dann sieht das dann einfach so aus kommt kurz die einblendung mit ergebnissen ja und hinterher sieht man da auch noch bis zu die zonen verteilung andere daten man kann auch die strecke bewerten wenn man will und dann kommen wir noch zu der website von ruby dort hat man eine unterseite das ist my ruby da hat man also sein eigenes profil und seine ganzen trainingsaktivitäten und so weiter und so fort man sieht ja hier gleich mal die startseite hier sieht man meine trainingsaktivitäten man sieht dann rechts irgendwie so ein paar herausforderungen und ein paar auszeichnungen also niemand wirklich braucht weiter unten hat man noch mal eine konkrete übersicht über die letzten strecken die man gefahren ist und jetzt workouts die man gemacht hat falls man welche gemacht hat man kann dann auch noch unter explore also erkunden virtuelle strecken neue strecken workouts ich kenne auf die workouts das kennt man auch von anderen apps da gibt es ein paar bestimmte programme die man abspulen kann man kann aber auch eigene erstellen da habe ich auch mal schärfhafterweise was erstellt gehabt also man kann es relativ unkompliziert erstellen ausprobiert habe ich mein eigenes erstelltes workout aber nicht dann gibt es noch rennen bei den rennen hat man dann eine entsprechende übersicht über die aktuell geplanten rennen und auch wie viele leute sich aktuell angemeldet haben das jetzt nicht unbedingt viele wie man sieht natürlich ist jetzt momentan wo ich dieses video drehe ende mai also im winter werden sicherlich ein paar fahrer mehr daran teilnehmen aber klar mit den teilnehmerzahlen bezüglich kann ruby einfach nicht konkurrieren keine andere app kann das wirklich außerdem hat man dann auch noch die möglichkeit so gruppen faden zu machen und da hat man noch eine übersicht über herausforderungen und dann noch ein paar zusätzliche ressourcen wie ein blog von ruby oder hilfe archiv und dann habe ich mal wieder als beispiel eine aktivität wie sie dann bei garmin connect aussehen würde da man ja bei ruby auf videos von realen strecken fährt hat man auch immer eine reale strecken karte in dem fall sieht man meine aktivität am gardasee was ich auch gleich empfehlen kann es eine meiner absoluten lieblings strecken bei ruby also wenn man das testen will weil wir gerade beim testen sind ruby kann zwei wochen lang kostenlos getestet werden ansonsten kostet es dann 15 euro im monat was bei den ecycling apps im endeffekt der normale monatliche abo preis ist abschließend noch mal kurz zurück zu der seite von ruby beziehungsweise my ruby ich habe hier mal eine seite mit einer meiner aktivitäten aufgerufen da sieht man zunächst wo man hier dann auch die datei exportieren kann entweder als tcx oder als fit datei ansonsten hat man wieder ein paar diagramme was ich da interessant finde ist dieses schwarze oder das graue diagramm paddle balance das heißt man sieht dort seine tritt balance in meinem fall sieht man da minimal 0 was wahrscheinlich bei jeder aktivität sein wird also das ist eine relativ nutzlose angabe man sieht die maximalwert in dem fall war das mal 79 ansonsten sieht man halt die durchschnittliche balance in dem fall 50,7 was man jetzt aber nicht unbedingt sieht ist das links oder rechts ist also generell ist es durchaus ganz nett und es ist ja auch ein alleinstellungsmerkmal weil bei keiner anderen app habe ich das gefunden aber wie nützlich das ist und was es einem über den eigenen tritt sagen kann weiß ich nicht es ist aber glaube ich zumindest schon mal nicht schlecht wenn der durchschnittswert ungefähr bei 50 ist manchmal war auch bei 49 bei mir also entweder 49 oder im oberen 50er bereich ich denke das ist generell ganz okay aber man weiß jetzt nicht ob man eher links oder rechts lastig tritt ja und das wäre es eigentlich auch schon mit meinem test zu ruvi generell muss ich würde ich sagen dass ruvi sogar in meinen persönlichen top 2 ist das andere programm in meinem top 2 ist zwift ich würde jetzt nicht unbedingt einen klaren favoriten nennen wollen ich habe eine tendenz aber die spare ich mir mal für ruvi gibt es von mir auf jeden fall genau wie für zwift zwei daumen nach oben also die 14 kostenlosen tage die sollte man sich auf jeden fall mal gönnen es hat mir richtig spaß gemacht also man sollte sich das auf jeden fall mal anschauen meine testserie von ecycling apps ist es auch schon fast abgeschlossen zwei programme gibt es noch das eine programm wird wie cool sein und das andere wird virtu pro sein oder virtue pro wahrscheinlich virtue pro doch bevor es dann diese beiden test videos noch geben wird werde ich vermutlich erstmal noch ein paar rennen fahren also wird es wieder auch ein paar flocks mit ein paar impressionen zu den rennen geben außerdem wollte ich vielleicht auch mal einen vlog dazu machen dass sie mich momentan auf die deutsche meisterschaft vorbereitet höhe deutsche meisterschaft es ist nur die deutsche seniorenmeisterschaft also um das mal klar zu sagen das ist jetzt nichts wo man sich erst mal irgendwie qualifizieren muss man meldet sich einfach dafür an wenn das wetter doch momentan bei uns nur so gut wäre wie in dem video hier strahlend blauer himmel wenn man interesse am informationsaustausch zum thema radsport und rennrad hat also wenn man fragen hat oder wenn man wissen hat dass man gerne anderen mitteilen möchte würde es mich freuen wenn ihr euch beim aufbau einer discord community beteiligen würdet der link dazu ist unten in der beschreibung